Ich glaube, da hat er auch eine Gefahr. Er hat gesagt, beim Ausnehmer, da oben am Steuerbau hat er einen von denen ausgenommen und die Eingereihte sind bei ihm bei den Füßen unten umeinandergereist und auf einmal kommt aus dem Steuerbau so ein Krebshaus. Das ist gut. nach dem Füßen auf den Füßen und Blattratier hier ist der Füße auf den Früßen. Der Füßen zogen den Füßen auf den Füßen. Die fodern immer noch aus dem Füßen. Vielen Dank.